Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Oh, es funktioniert! Ich hab Seetank gefangen. Zacker! Ich hole ganz schnell meinen Bogen. Bitte, bitte, bitte. Ich hätte mir nicht gedacht, dass das mentale Tiefschirm nach sechs Tagen kommt. Wir müssen einfach Tränen fließen. Lange geht das auch nicht mehr so gut. Also, los geht's mit Packen. Pah, wie eine harte Reise noch. Das ist fast schon Folter.